und da war sie die große stelle aber trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen liebe clasherin und clasher bei mir im torsten beim clan desabled ich bin hier mit dem rh9 account dem donnerbingen unterwegs und gehe mal wieder einer frage so nach was kommt nach unglück ja was kommt nach unglück glück pech noch mehr unglück keine ahnung wir hintergehen diese frage mal wer bei mir am sonntag im live stream ganz nett aufgepasst hat er hat gesehen dass wir hier im boxschwellen gegner haben und unsere 50er serie hier ja erst mal ja wir haben sie erst mal erspielt also 50er ck win streak und ja den ich weiß den will man sich nicht nehmen lassen aber das war eins unserer ziele also man muss das auch so sehen das war eins der der ziele hier man 50er win streak mit der mannschaft hier hinzulegen denn wir haben nach wie vor hier 103 klankriege erst verloren bei 530 wins wer das das noch mal sehen will beziehungsweise wie das eigentlich zustande kommt der muss ganz ganz weit zurückspulen in den folgen denn das ist ein only oder so ein ziemlich only rh9 r10 clan kriegs clan wir haben auch elfer und wir haben auch in zwölfer also uns unsere zehner werden natürlich mit einer karre bespendet aber dennoch ist der große teil hier oder einer der größten teile hier ist halt ratos 9 und so müssen wir im rathaus 9 und im rathaus 10 bereich was ein pech der burns erst gehen die ich sehe es gerade erst erst gehen die walküren alle rein dann laufen sie alle wieder raus ja dann werden sie abgelenkt jetzt wollen sie wieder rein jetzt wir jetzt doch nicht und ja da muss man sehen wie denn so ein angriff hier ausgeht gerade im rathaus 9 bereich ist es dann in diesen klaren kriegen hier in den letzten war es auch sehr sehr schwer also ihr braucht nicht denken 8 auf 14 das ist ich gehe mal eben runter wir sprechen hier in der regel von max rh9 basis mit ziemlich starken helden wenn ich sogar 30er helden hier auch im unteren bereich deswegen ist das egal ob jemand bei uns acht oder vier runter geht oder ob er dann drei hoch geht er ist immer im gleichen bereich er ist immer in seiner range weil es halt sehr sehr schwer geworden ist aber ich glaube er hat hier richtig gut und extrem lange gewartet ich denke mal es war so ein felken angriff also mit den walküren auch wenn sie außen rum rennen aber er hat das ganz gut gemacht hier mit queen mit dem mit dem bolan king ist auch noch dabei und kann jetzt war nicht nicht mehr ganz so viel ausrichten aber bei diesen angriffen hat man so ein bisschen die hawks im backhand hier aber gut gemacht hier 8 auf 14 und wie gesagt das ist die absolute augenhöhe und auch meine wenigkeit hat sich mal etwas anderes ja was heißt etwas anderes ausgedacht nein habe ich gar nicht aber ich habe tatsächlich mal in meinem zweiten angriff der erste war leider auf die 15 0 1 0 2 sterne habe ich doch mal zu dieser kombi gegriffen auch wenn hier minenwerfer außen stehen ist das ist das für zu heilende hexen beziehungsweise für hexen die in heilungen sind jetzt nicht ganz so schlimm sobald der erst mal weg ist ja geht mein golem so ein bisschen quer ich weiß ich weiß der golem ist ein bisschen quer gelaufen aber ich habe es mal ein bisschen abgewartet mal sehen was noch kommt habe ich habe ich ich muss das echt mal zu sagen ich habe es selber zu mir gesagt zwei sprung zwei gut habe ich dieses mal gewählt kein einzigen aber ich hatte ein paar mauerbrecher aber die sind ja gefällt dann wäre ich vielleicht ein bisschen schon mal ein apartment mehr hier oder compartment in diese in diese base reingekommen und verliere jetzt auch schon ganz schön viele truppen muss ich sagen hier rechts geht gar nichts ja also hier auf der rechten seite habe ich alle truppen verlassen das was ich jetzt habe ist in der mitte ein king der sich nicht entscheiden kann rechts links sprung was machen wir und aber außen eine ganze menge hexen und in der mitte eine ganze menge heiler ja ich habe ich hatte die hoffnung eigentlich hatte ich die hoffnung hier schon aufgegeben vor allen dingen als ich hier hinten dann auf dem rechten eck die tesla farm sah also es war schon so ein bisschen für mich so toto jetzt hast du nur noch die queen die zünden kannst mehr nicht aber da ist noch so viel die fans und die müssen auch noch immer noch die durch diese mauern also dann guckst du irgendwann guckst du dann nicht mehr unbedingt auf seine truppen okay auf meine queen habe ich natürlich immer ein bisschen geachtet dass ich sie auf jeden fall nicht vergesse zu zünden aber ich habe dann schon gedacht dass das muss einfach jetzt nur mit dieser mauern fresserei da muss das eigentlich passen ich meine ich habe viele skelette am start gehabt die jetzt ja kein beschuss mehr erstmal ausgesetzt sind und war dann am ende eigentlich war am ende dann doch glücklich dass ich diese base konnte queen ihr seht das selber wie spät ich sie denn doch gezündet habe doch geschafft hat mit der kombination mit der ich eigentlich überhaupt nichts kann ja mut zur lücke muss man auch mal in einigen cks haben ich springe heute übrigens ganz ganz willkürlich hoch also es gibt überhaupt kein schema ich habe hier nur so ein bisschen geschaut dass es so in etwa passt also 9 auf 9 10 auf 9 9 auf 10 10 auf 9 nicht doch 9 auf 10 9 auf 10 dann schon er und mal sehen was ich der arnos hier ausgedacht hat okay also troll tesla erstmal auf den ecken weg gemacht und komplett ohne heiler hier mit mit den hexen also auch die kombi ist natürlich beliebt keine frage nur die die golems müssen die golems müssen aber tanken die golems müssen tanken weil die müssen halt dass das gesamte feuer erstmal auf sich ziehen mauerbrecher gehen hier man auch schon ein bisschen besser durch kann man nicht anders sagen und auch der sprung war glaube ich ja da hat er das ich denke mal hat das maximale mit diesem sprung rausgeholt dass er zumindest in die mitte kommt dann kommt da natürlich so nervener lavahund raus der macht jetzt erstmal nicht wirklich viel schaden aber er lenkt die queen die ganze zeit ab aber die bekommt auch die ganze zeit jetzt kein beschuss weil alle anderen einheiten hier in der mitte jetzt jetzt erstmal den power kriegen und die golems sind jetzt zwar ein bisschen behindert jetzt auch kein sprung mehr auch die müssen sich jetzt durch diese mauern ballern das ist immer sehr sehr leidig aber wenn dies beobachtet ihr könnt das mal so ein bisschen so im auge behalten wie die basis hier aussehen ihr seht hier ausschließlich glaube ich max mauern wir waren ja eben ganz ganz unten und da sagt das auch schon so aus und da musst du dich mit deinen truppen dadurch fressen ist sei denn du hast genug sprung dabei und kommst weit genug in solche basis oder weit genug durch solche basis durch es hat aber auch nicht nicht mehr also der gegner hat nicht mehr viel die fenster schule das mal ein bisschen vor war ja auch eher selten ich lasse ja immer immer ganz gerne auslaufen weil auch jeder von hier weiß ich nicht möchte vielleicht mal sein angriff sehen oder hatte noch mal revue passieren lassen okay dahinten ist noch ein troll tesla in der ecke hier aber in dessen range ich würde fast sagen ja okay die vier skelette schaffen den nicht dafür ist er zu schnell aber jetzt stolzer sonn son golem drauf und queen in letzter sekunde gezündet war gar nicht mehr nötig super gemacht hier vom anus drei sterne 9 auf 9 hier sind wir jetzt schon im zehner bereich also unsere nummer eins auf die nummer sechs hier auf den wo ich kann es nicht lesen aber der clan hieß legend mai level 14 klar 14 auf 15 also auch das also von den rathausern war es sehr sehr fair mal wieder echt plane er hat 10 rh 9 ich glaube auch so gut wie keine engels bei oder so da muss man sich sich dann auch keine gedanken machen muss sich hoch geben muss ich runter gehen sondern hier sind zu anfang ganz klar die neuner gefordert die hier angreifen müssen und ich habe meine beiden angriffe ihr habt ihr jetzt eben den zweiten schon gesehen tatsächlich mal an am ersten abend auch geschafft also weil ich auch wusste dass ich jetzt im nächsten tag also am dienstag nicht wirklich viel zeit habe bis zum ck ende hier und bevor es verpasse und womöglich hier nicht mehr etwas zu dem zum zum sieg oder zur niederlage das wissen wir ja noch nicht außer ich spiele jetzt vor aber das macht er hoffentlich nicht beizutragen war es mir dann schon lieb dass ich zwei gemacht habe also einen mit zwei stern ein mit drei stern also sonn ich sag mal vom von 100 prozent 50 geholt so muss man sagen also ein 3er ein zwei sterne und je weniger an angriffe wir natürlich hier im radhaus neuner bereich unten verballern desto eher können unsere neuner schon mal ein bisschen hochgehen so auf 10 schon mal den ersten zweiten stern holen mal gucken das ist dann so ein bisschen so scouten hätte ich mal fast gesagt weil unsere 10er denn doch so stark sind dass sie in der regel dann aus der ein oder anderen 10er bs noch den dritten stern holen weil es natürlich 20 truppen mehr haben ein zauber mehr haben und auch sowie der pfiff hier ich würde fast sagen ausschließlich 40er helden haben also es ist schon eine gewaltige neuner und zehner truppe hier die hier am start ist nach wie vor suchen wir auch genau solche habe ich jetzt heute abend mal in der klaren beschreibung gelesen bevor ich angefangen habe zu drehen habe ich noch mal gut versteht eigentlich bei uns drin da steht natürlich immer noch drin dass wir natürlich gerne wieder beibehalten wollen und von daher ist es dann auch sehr sehr schwierig konstante leute hier zu finden ich glaube ich bin hier ich bin hier auch nicht konstant niemand ist konstant hier denn es gibt immer mal wieder höhen und tiefen also wurden einsteller mast kein sterner ist sie schon sehr sehr selten also ein fail ist dann schon meistens ein leitungsverlust oder oder jemand verwirft plötzlich auf einen klick alle zauber das kennt er auch diese diese misere wurde eigentlich auf dein tablet klicks auf einen zauber und dann setzte plötzlich drei ja da hast du ein bisschen pech da hast nämlich so gut wie keine mehr für den rest der base und murmel hier macht auch macht die nummer vier also vier auf vier hier sind wir jetzt auch schon in so einem bereich wo es darum geht eins zu eins zu gehen denn irgendwann mussten unsere zehner ja auch auf ihre ich nenne es mal so auf ihre nicht ganz gegenüber aber auf zehner gehen und auch hier in diesen bereichen ihr seht dass auch hier vierziger helden pärchen und auch der gegner hat dort vierziger helden in der base stehen ist das eins zu eins da ist es gibt keine unterschiede hier in truppen in truppen stärke sondern hier kämpfen wirklich zehner gegen zehner neuner gegen neuner und das im im next im next out bereich ich glaube nur unser unterster ich glaube das ist der donnerstern meine ich hat noch etwas schwächere helden somit um die 25 herum was was auch nicht so wirklich schlimm ist denn truppen und base sind schon lange durch und von daher hat er glaube ich cool gemacht der mummel hier ich bin jetzt ein bisschen abgewichen mit meinen sieht man ja auch mal eher selten deswegen habe ich ihn auch mal mit rein genommen ich habe mir hier ein zwei angriffe angeguckt habe aber auch sehr sehr viel live gesehen vor allen dingen zum ende des klaren krieges gucke ich immer gerne live rein hier um die letzten minuten so die letzten 15 20 minuten noch mal mitzukriegen wenn es denn noch mal ultra spannend wird und wenn es dann noch mal richtig richtig drauf ankommt hier was zu reißen sich noch mal richtig zu konzentrieren um zu gucken ich weiß es ist nur ein spiel aber der hund spielte ja auch so ein bisschen mit den mit den minern kann sich kann sich gar nicht entscheiden ich meine nämlich jetzt zuerst aufs korn okay die meiner sind einfach sie sind einfach zu schnell für diesen lavahund hier ich meine dem fügt jetzt auch keiner mehr schaden zu so dass seine welpen rauskommen und die restlichen können hier so ganz piano können hier so ein bisschen absacken ich glaube sondern ich weiß nicht im max hund macht 60 schaden oder so unten meiner hat dann doch schon ein bisschen mehr points also echt cool gemacht hier mit der meiner ging vier auf vier und ich glaube dann sind wir auch schon beim verdienten schluss und der verdiente schluss kommt heute mal vom des abelte java disabled java ihr könnt das nehmen wie ihr wollt ob sich das disable spricht also eigentlich spricht ist sich disabled könnte euch bei wikipedia bzw im leodikt nicht bei wikipedia im leodikt.org anhören auch wie man das spricht und ich glaube ich spreche schon richtig weil man dieses bled dieses led am ende das spricht man nicht so wie es hier steht man spricht das glaube ich bin mir da relativ sicher disabled disabled und spricht dieses l nicht unbedingt aber ich meine im leo kann man sich das nachhören und auch hier ich habe nicht übertrieben 40 40 also helden pärchen max out base max out truppen an der stelle bowler hexen kombi diesmal also mal ein bisschen mehr bowler etwas weniger hexen um durch diese anti drei sterne bases zu kommen so sind sie ja und eigentlich hatte ich an dieser stelle gesagt alter der entfernen oder wird noch ganz böse aber der fällt erst mal das ist ja nicht schlecht jetzt steht hier allerdings noch was nämlich eine luftabwehr das ist natürlich nicht so gut da müssen die truppen noch mal hin und das kostet ja immer zeit die zeit ist einem hier bei clash of clans auch immer in den nacken drei minuten dauert ein angriff 30 sekunden hast du noch mal vorher um inne zu gehen also für die die das jetzt nicht so wissen oder mich vielleicht zum ersten mal gucken so läuft das hier bei clash of clans ich habe im live stream mitbekommen dass ich so den einen oder anderen zuschauer dabei hatte der wirklich nichts von diesem spiel kannte und erstellt natürlich fragen die ihm dann natürlich auch sauer beantwortet werden das heißt also natürlich gefragt was 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 bedeutet dies was bedeutet das völlig in ordnung wer hier als einsteiger rein kommt der ist hier glaube ich ja ich will nicht sagen überfordert aber wenn man dann so ein bisschen tiefer in clash of clans einsteigen will dann muss man auch einfach ein bisschen länger spielen es kommt es kommt auch nicht von heute auf morgen und die queen ist hier nicht mehr zündbar wir haben hier noch zwei die fans gebäude die jetzt noch gleich sicherlich erst mal auf die barbaren gehen denn die überholen die queen hier erst mal so ein bisschen und das heißt also die brauchen natürlich in der regel fast fast nur ein schuss von einer kanone dann sind die hin das seht ihr hier auch an diesen kleinen skeletten die bleiben dann auch immer als leichen beim farben liegen und jetzt sind sie aber nur noch sekunden ihr seht dass hier die zeit läuft die zeit läuft hier runter aber ich glaube die queen die queen hätte es doch nicht mehr ganz geschafft 95 prozent vom disable java und wir können ja trotzdem mal reingehen in das ergebnis hier 43 43 also ich bin auch ganz nervös ich zitter die ganze zeit mit dem wein weil das war so geil heute abend und ich habe den leuten versprochen da muss ich einfach was raus machen denn es ist ja so geil und spannend gewesen und auch das ergebnis 99 prozent und ich habe euch das gesagt ich weiß nicht was nach unglück kommt glück pech noch mehr glück keine ahnung hier kam irgendwo wie so ein bisschen so ein bisschen alles zusammen und es ist es ist sehr sehr schade wir haben zwar unsere serie jetzt gelassen aber weil wir haben verloren werden 50er strike wir haben jetzt ein unentschieden da drin das heißt unser strike ist leider auf null dennoch haben wir keinen roten eintrag im kriegs lockt das habe ich heute abend extra noch mal gesagt ich habe auch gefragt ob jemand irgendwie jetzt da und ist oder ob es jetzt die ganze truppe nach unten zieht dass wir jetzt ein unentschieden dazwischen haben ihr seht das immer noch 103 los ist erst 530 wins nein es hat keinen nach unten gezogen es kann nur bergauf gehen und wir trauen uns auch in den 90er mal mit einem elever wir hatten ich glaube wir hatten 50 ck ist kein rat aus elf dabei heute haben wir mal wieder den kamel dabei ich freue mich auch dass er dabei ist und anhand des matchmaking sieht man so ein bisschen die stärke auch unserer ganzen unserer ganzen basis der der krieg ist gut auf augenhöhe der gegner hat zwar diesen zwölfer hier der wird uns da oben total niedermähen denke ich mal so ich weiß nicht vielleicht macht das auch nicht aber aber der rest ist wieder absolut identisch und anhand dessen das matchmaking sieht man auch dass wir schon starke basis haben starke truppen haben stark eingeschätzt werden das zählt ja glaube ich nicht ins gewicht aber dennoch passt das hier wieder 15 auf zwölf also webmx wird schon wieder eine harte nummer werden ich wünsche in jedem fall dass wir unseren nächsten 50er streak hier wieder aufholen kein thema wir haben ja spaß an der sache keiner hat hier seinen mut verloren es war nur ein unentschieden keine niederlage super gemacht hier sind die säbel ich wünsche euch noch viel freude in clash of clans ich wünsche euch einen schönen mittwoch denn ich nehme am dienstag auf also ihr habt ein feiertag ich habe einen halben feiertag ich muss nämlich halb tatsächlich muss halb arbeiten das ist der hammer aber macht nichts ich wollte das trotzdem zu papier bringen hier ich hoffe wir sehen uns in dieser woche noch ein bisschen öfter bis dahin euer toto gestern